Jetzt zu ihm erfolgt. Man weiß auch hier die lauten Schreie und zwar besser als die Trommelstiege. Das wundert sich eigentlich. Ja, ja, das ist doch die Gewände hier. Und eins, was ich eingangs noch erwähnt hatte, war, dass die Boote natürlich vorne wie hinten wirklich fahren kriegten, was da liegen sollten. Schau dir bitte auf die Boote, ob das in diesen beiden drücken steht, oder ob möglicherweise eins der Boote vorne mit in die Tiefe liegt. Noch um ein bisschen weiter gleich aufzunehmen. Die ganze Raum, das ging nicht her. 1, 2, 1, 2, 1. ... und gegen die Liga. ... und unterlegen Schärfefeuerung auf der Wand frei. Mit einer Zeit war es 1.6 Uhr. Dankeschön. Das dürfen Sie jetzt bitte bereit machen. Die Mannschaft ist zu, Frau Kassel. ... zu Liga-Handberg. ... und gegen die Begründung. So wurde mir gesagt, eine Mannschaft, der lebendlich ist. Das hat das nicht laufend stehen.